hallo und herzlich willkommen zu einem neuen grundlagen video zum thema f2 auf meinem kanal heute mit dem thema epl ich hatte dazu ja schon mal ein update video gemacht heute wollen uns das ganze einmal in aktion angucken und ich erkläre euch wie das ganze funktioniert bevor wir starten wie immer der hinweis auf meinen fünf prozent discount code nutzt diesen gerne um beim kauf von neuen grundstücken fünf prozent und in zukunft sogar 7,5 prozent rabatt zu bekommen genug eigenwerbung ich würde sagen wir starten einmal mit dem video besuchen hierfür einmal die webseite von earth2 und ich zeige euch was diese epl eigentlich ist kurz gesagt epl steht für earth2 property locator und dient als einzigartiger identifizierungspunkt quasi um grundstücke aufzurufen sprich in der url das ein grundstück oder über die url ein grundstück besuchen zu können wir können uns das ganze einmal hier anschauen ich habe hier in meinem profil beispielsweise oben wie ihr seht ein eigenes grundstück mit meinem profil namen scafax rtx entsprechend können wir hier über property info oben slash scafax rtx direkt auf mein grundstück zugreifen das ganze funktioniert logischerweise auch mit anderen beispielsweise wenn wir jetzt hier frankfurt eingeben bin ich mir ziemlich sicher irgendjemand hat das ganze schon ja und dann werden wir hier auf keine ahnung wo das sein soll hingewiesen oder verweist entsprechend können wir das ganze hier für verschiedene urls oben ausprobieren wenn wir jetzt hier amazon eingeben hat scheinbar jemand ein grundstück in südkorea mit dem locator oder mit der einzigartigen bezeichnung amazon eingerichtet gut schauen wir uns einmal an wie kann man das ganze einrichten das ist relativ einfach man geht hier in die profil übersicht über die task leiste beziehungsweise über die navigations leiste so besuchen sie einmal nach tier 1 lernt wir jetzt einfach mal das hier aus und da sehen wir hier relativ schnell dass dieses epl fenster die gleiche url ist oder die gleiche identifier wie hier oben in der url ich möchte das ganze jetzt upgraden klicke hier einfach auf upgrade epl und verwende jetzt den namen keine ahnung amazon wie jetzt beispielsweise jemand schon benutzt hatte ist jetzt nur als beispiel und habe dann hier die chance entweder wenn ich genug auf zwei dollar hätte das ganze zu kaufen oder mit 100 essence die mit der währung essence zu bezahlen ich sage okay weil ich jetzt kein geld habe benutze ich jetzt einmal hier diese essence klicke jetzt hier einmal drauf und sehe dass wir mindestens sieben längenpunkte brauchen deswegen nehmen wir jetzt einfach mal frankfurt das ist ja ein bisschen länger hier wir möchten das ganze kaufen sagen ja und jetzt sehen wir hier relativ schnell das ganze ist natürlich schon in benutzung aber falls das ganze nicht in benutzung wäre würde das dann hier übernommen werden und wir könnten hier indem wir dort einmal frankfurt eingeben dann logischerweise auf unser grundstück gelangen in dem fall geht es jetzt nicht weil es jetzt schon besetzt ist nur einmal hier als beispiel gesagt so würde das ganze dann auch aussehen nochmal kurz vielleicht als hinweis warum habe ich hier tier 1 ausgewählt das ganze ist exklusiv nur verfügbar für diese tier 1 länder also wenn ich jetzt hier beispielsweise ein tier 2 land auswähle und jetzt hier sage ich möchte das upgraden ist das ganze ausgegraut und mit dem hinweis bezeichnet dass das ganze nur für t1 funktioniert entsprechend würde das ja entsprechend achtet darauf dass das ganze was jetzt machen wollte auch ein tier 1 grundstück ist falls sie ein von eurer meinung nach gutes t2 grundstück habt wird es in zukunft auch die möglichkeit geben das ganze auf ein t1 grundstück zu upgraden und dann wird auch hier diese epl funktion freigeschaltet sein ich hoffe das video hat euch gefallen und war hilfreich vielen dank fürs einschalten über ein like und ein abo würde ich mich freuen und natürlich auch wenn ich euch im nächsten video wieder begrüßen kann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann